Der Liglas ist wie die anderen Kampfpanzer der NATO mit einer 120 mm Kanone ohne Rehen bewaffnet, verzichtet aber erstmals auf den Lader eines westlichen Panzers. Die Kugel des Kalibers 52 vom Typ CN1 202652 ist vollständig stabilisiert und von Giat ohne Rauchabzug entworfen. Die Rauchgase werden mit Druckluft geblasen. 18 weitere Kugeln im Pistolenmagazin rechts vom Fahrer. Während des Ladevorgangs nimmt der Ball automatisch eine stabile Ladeposition von minus 1,8 Grad ein. Ein Nachladen dauert etwa 4 bis 6 Sekunden, je nachdem, wo sich die Munition befindet. Es kann auch manuell aufgeladen werden, wenn das automatische System ausfällt. Das System kann sechs Arten von Munition unterscheiden.